Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, ja Frau Baerböck, der Antrag ist dünn, das Wissen über Energiepolitik auch, aber wer glaubt, dass man Strom in Netzen speilen kann, sollte zur Energiepolitik ohnehin nichts sagen. Und zu den Linken, ja, sie gehen sich wieder in ihren Enteignungsfantasien und sind stolz darauf, Kinder zu instrumentalisieren. Wir wissen alle, was das bedeutet. Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 der Vereinten Nationen fordert die Sicherstellung des Zugangs zu bezahlbarer, verlässlicher und moderner Energie für alle. Die vorliegenden Anträge von Grünen, Linken und auch der FDP erfüllen aber kein einziges Kriterium. Der Strom in Deutschland würde damit weder bezahlbarer noch verlässlicher noch moderner. Ganz im Gegenteil. Die Anzahl der Netzeingriffe zur Stabilisierung des deutschen Stromnetzes steigt mit der Menge an ökologisch erzeugtem Schrottstrom. Die Frage eines Zusammenbruchs des Netzes stellt sich nicht als ob, sondern als wann. Die Grünen wollen in ihrem Antrag Planungssicherheit schaffen mittels einer Stromversorgung, die gar nicht planbar ist. Deutschland braucht zur Aufrechterhaltung seines Lebensstandards zwischen 55 und 85 Gigawatt an geregelter Energie. Die sogenannten Erneuerbaren lieferten in 2018 aber nur unzureichende 15 bis 75 Gigawatt. Herr Kraft, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Boettin? Ja, aber selbstverständlich. Moment, wo war ich? Wo war ich? Okay, gut. Ich wollte nur die Frage stellen, ob Sie nicht, wenn Sie so reden über die Schülerinnen und Schüler, die da auf die Straße gehen, da nicht mitbekommen, dass die teilweise sich in der Schule mit dem Thema auseinandersetzen, dass sie sich in den Familien damit auseinandersetzen und dass sie teilweise auf einem Wissensstand sind, der jedenfalls Ihrem möglicherweise auch ein Stück weit überlegen ist. Nein, das glaube ich nicht. Danke. Gut, unzureichende 15 bis 75 Gigawatt, wann sie will, wo sie will und wie sie will. Wer aber die Verfügbarkeit vom Wetterbingo abhängig macht, der regiert an den Ansprüchen einer Industrienation vorbei. Bereits jetzt kann die Netzstabilität nur noch durch den sogenannten Lastabwurf, dem Abschalten von Großverbrauchern gewährleistet werden. Das wird vergütet, reicht aber nicht mehr aus, um die wirtschaftlichen Ausfälle der Abschalter zu kompensieren. Liefertermine und Projektmeilensteine warten eben nicht darauf, wann Wind und Wetter sich bequemen Strom zu produzieren. So werden weiter Unmengen an Strom planwirtschaftlich produziert und von den Stromkunden vergütet, die gar nicht gebraucht werden, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort entstehen. Durch hundertprozentige Überkapazität werden Milliarden an Kilowattstunden ins Ausland verschenkt. Gleichzeitig ist unser Land auf Stromimporte von Nationen mit einem hohen Anteil an planbarer Kernkraft angewiesen. Die Importe aus Frankreich waren in 2018 fast sechsmal so hoch wie die Exporte, im Falle von Schweden fast dreimal so hoch. In Summen ist die Energiewende auf drei Ebenen schädlich. Erstens gefährdet sie durch Verteuerung von Energie die Wirtschaft und damit den Wohlstand des Landes. Zum Zweiten vertieft sie die Kluft zwischen Arm und Reich in unserem Land, da durch die Umlage eine Umverteilung von unten nach oben stattfindet. Zahlen für den teuren Strom muss jeder. Aber nur die mittlere und obere Schicht kann von den Umverteilungsgewinnen profitieren. In diesem Szenario der sozialen Spannung wollen alle Fraktionen in diesem Haus bis auf die AfD den Beschäftigten eines ganzen Industriezweiges die Lebensgrundlage zerstören. Sie sind es, die sich damit als die Zerstörer des sozialen Zusammenhaltes in Deutschland entpuppen. Und drittens, durch die Gefährdung der Netzstabilität bedroht die Energiewende den inneren Frieden im Land. Wie ein bereits älterer Bericht des Bundestages ausweist, hätte ein länger andauernder und flächendeckender Stromausfall in Deutschland katastrophale Konsequenzen mit vielen Opfern. Durch Ihre Politik der Förderung der unzuverlässigen Zappelstrom befeuern Sie die Wahrscheinlichkeit einer solchen Katastrophe. Wir stellen also fest, die Energiewende ist unwirtschaftlich, unsozial und unsicher. Sie führt nicht zu bezahlbarer, verlässlicher und moderner Energie für alle. Mithin ist sie auch nicht nachhaltig, sondern verletzt sowohl die Agenda 2030 der Vereinten Nationen als auch die nationale Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands. Aber kein Überstrapazieren staatlicher Zwangsobverteilung wird diese sozialistische Energiewende jemals zu einem Erfolg machen. Ihre Politik treibt unser Land tiefer in die Abhängigkeit von Gasimporten. Neben Gas aus Russland müssen wir dann Gas aus Katar und Fracking-Gas aus Amerika verfeuern, statt preiswerter Kohle aus der Lausitz. Abhängigkeit erhöht, Volksvermögen vernichtet. Diese Energiepolitik vernichtet Arbeitsplätze, zerstört den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gefährdet Menschenleben. Das Wall Street Journal – und hier sollten Sie aufpassen, denn alle Fraktionen, bis auf die AfD, unterstützen diese Politik – das Wall Street Journal bezeichnet das als die dümmste Energiepolitik der Welt. Vielen Dank. Applaus Das Wort hat die Kollegin Claudia Noll.